Ja, es war auf dem Gang ein unheimliches Hin und Her, ungewöhnliches Hin und Her. Man hört, man kennt, wenn man so eingesperrt ist, kennt man ganze Geräusche, kann man anders interpretieren als jeder normale Mensch, der die sonst gar nicht wahrnimmt. Und eines Tages dann war Hacken zusammenschlagen und ein geschäftiges Treiben. Und dann guckte ich bewusst auf dieses Auge, was da durch den Spion guckte. Und es war auch ein Stühlerücken hin und her. Und für mich war klar, da stand Mielke persönlich auf dem Hocker und hat da reingeguckt, weil er ja immer die Absicht hatte, meinen Ex für seine Zwecke zu gewinnen. Das hatte uns der Alfred Scholz damals erzählt, dass der Erich Mielke an dem Klaus Thiemann interessiert wäre. Und da habe ich gesagt, lass die Finger davon, ich bin damit nicht einverstanden, dann bin ich weg. Und es war hundertprozentig. Man kann ein Auge, ein männliches Auge am Spion nicht vom Weiblichen unterscheiden. Das kann man nicht. Und man kann auch nicht sagen, ja, das ist mein Mann oder das ist mein Sohn. Das geht einfach nicht, weil man da nur so einen kleinen Radius hat. Aber dieses ganze Drumherum ist für mich hundertprozentig sicher, dass der Mielke persönlich geguckt hat. Er kannte mich auch durch Dynamo-Bälle, wollte mich mal zum Tanzen auffordern, also hatte mich aufgefordert, aber ich habe das abgelehnt, damals schon, weil der, ich hatte immer Abscheu vor diesem Mann. Und nachdem ich viel gelesen hatte und nachdem ich nun diese Gefängnisse noch von innen gesehen hatte, erst recht. Wenn Sie ihn mal eins zu eins erlebt hatten, sozusagen, können Sie uns diesen Mielke noch mal, Sie hatten gesagt, Sie hatten Abscheu. Warum? Was war das für ein... Er wieselte so rum, er war so unruhig und verbreitete, ich weiß nicht, unbehagen total durch seine Aufgeregtheit. Er war ja sehr, sehr klein, sehr, sehr hässlich. Und ich weiß gar nicht, ich begreife einfach nicht, wie intelligente Männer, die vom Intellekt her weit über ihm standen, wie die so einer Witzfigur dienen konnten. Inklusive Markus Wolf, der sich ja jetzt heute überall so als der tolle Entertainer da vorstellt. Dieser Mann, wie so ein Mann vor dem kuschen konnte, ist mir unerklärlich. Dieser Mann war einfach, egal ob im Anzug oder in Uniform, im Uniform sehen ja die meisten Männer irgendwie etwas interessanter aus, aber dieser Mann war so ein Ekelpaket. Diese unsteten Augen, dieses unangenehme Gesicht und brutal, er wirkte für mich brutal. Damals wusste ich noch gar nicht von seinen Morden aus früherer Zeit, für die er dann später so verurteilt wurde, angeblich verurteilt wurde. Nein, dieser Mann war einfach, kann ich nicht, ich weiß nicht, ekelhaft.